hallo leute und willkommen hier bei mir ihr seht schon willkommen hier in die ganz ganz heiße phase von ios 13.3 es gibt endlich mal wieder eine neue beta ihr seht die beta 4 ist da und ich schreibe schon darunter ist das jetzt die gold master version also die version die im endeffekt für alle nachher ausgerollt wird und es spricht verdammt viel dafür erst einmal ich war hier voll auf entzug zwei wochen hat es gedauert von der beta 3 zur beta 4 dass wir die überhaupt wieder bekommen haben und ich hätte ehrlich gesagt hier mit der beta 4 überhaupt gar nicht mehr gerechnet ich dachte schon dass wir diese woche das richtige update bekommen also das was heißt das richtige das reguläre update für alle dass jeder dann hier auf seinem gerät aufspielen kann aber es gibt hier ein paar besonderheiten und zwar erst einmal der tag an dem das released wurde das war nämlich ein tag später als normalerweise und auch die uhrzeit hat variiert spricht also dafür dass apple hier die beta 4 noch mal so kurz dazwischen schieben musste weil sie noch irgendwo einen kleinen fehler gefunden haben den sie dann doch noch mal korrigieren wollten und dementsprechend ist das update auch echt überschaubar 67,9 megabyte hier beim iphone 7 das variiert so ein bisschen je nachdem von wo man kommt und welches gerät man hat aber so um die 100 megabyte hat sich das ganze bewegt ist also echt ein kleines update hier bei der speicher freigabe ich hatte vorher 94,1 4 gigabyte frei und hinterher ja nicht wirklich nennenswert viel mehr also da hat sich nicht allzu viel getan und das kann man natürlich wiederum sagen hier für die komplette beta was soll sich bei 100 megabyte schon großartig geändert haben das läuft ja jetzt alles schon recht gut flott und flüssig und wer sich jetzt fragt warum ich hier unten assistive touch habe mein home button ist kaputt gegangen wollte was freunde mein home button funktioniert wieder ein wunder eine wunderheilung jetzt wollte ich hier groß erklären warum ich hier mir mit assistive touch hier die kante gebe und plötzlich funktioniert mein home button wieder ich bin ja ich bin ja hin und weg war das jetzt hier wegen dem update also ganz merkwürdig eine kurze erklärung ich habe an dem iphone hier den den akku getauscht und danach ging mein home button nicht mehr weil ich mir leider irgendein kabelchen eigentlich ein klein bisschen eingerissen habe so ein flachbandkabel aber die neueste beta hat es repariert ich werde verrückt oder keine ahnung wieso egal ich schweife total ab auf jeden fall was wollte ich sagen ja es hat sich hier nicht großartig viel getan das ist alles flott flüssig wirkt schon sehr sehr poliert diese version und das sagt uns auch hier der geekbench dann schaut mal her das sind die werte hier der beta 4 3324 und 6063 im multi core und wir haben hier eine punktlandung die beta 3 hatte im single core nämlich auch 3324 also voll auf dem punkt gleich wie die beta 3 und im single core haben ein paar pünktchen unterschied aber ich drücke mal den home button wunderbar also haben wir einen kleinen unterschied aber da tut sich echt nicht viel von daher freunde ich würde hier fast mal meinen hintern drauf verwenden das hier ist die gold master version deswegen hätte ich das fragezeichen hier unten eigentlich weg machen müssen und ich rechne jetzt ganz 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 stark damit dass jetzt in den nächsten tagen oder ich sag mal in der nächsten woche das update für alle rauskommt also dass wir alle dann auf ios 13.3 updaten können werden dürfen müssen und hoffentlich dann auch ohne weitere bugs es sei denn hier hat sich noch mal irgendwas eingeschlichen man weiß ja nie also freunde das wäre es gewesen mit einer wundersamen home button heilung war das die info zu ios 13.3 beta 4 der höchstwahrscheinlich gold master version und ich freue mich dann aufs nächste mal unterhalt euch auf dem laufenden bis dann macht's gut euer mi apple cat ist ja echt krass geht wieder super und ich freue mich dann aufs nächste mal unterhalt euch das